In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, nähern sich Katrin und Nicole immer weiter an. Bei, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, hat sich Nicole Berger, Laura Lippmann, vom Kiez Glückskind zum absoluten Pechvogel entwickelt. Davon abgesehen, dass ihre Halbschwester Katrin, Ulrike Frank, nichts mit ihr zu tun haben wollte, lief es für sie gleich richtig gut in Berlin. Binnen sehr kurzer Zeit lernte Nicole Michi, Lars Pape, kennen, verliebte sich und beschloss, alles in Dortmund aufzugeben, um in der Hauptstadt ein neues Leben mit dem neuen Mann an ihrer Seite zu beginnen. Der machte ihr wenig später einen Heiratsantrag, doch leider fingen die Probleme damit an. Denn Michi kam nicht von Maren, Eva Mona Rodekirchen, Luz. Zuerst küßten sich die beiden auf Lillys, Iris Marekes den, Geburtstagsparty, dann hatten sie sogar Sex im Mauerwerk. Dummerweise stand Nicole in der Tür und musste mit ansehen, wie ihre Konkurrentin und Michi miteinander schliefen. Aus Angst, ihn zu verlieren, verlegte sie die Hochzeit nach vorn. Doch damit waren die Probleme natürlich nicht beseitigt. Nach einem heftigen Streit war es dann ausgerechnet Katrin, die es nicht übers Herz brachte, ihre aufgelöste Schwester allein zurückzulassen. Sie fing Nicole auf und tröstete sie. Wie wir aus den aktuellen Vorschauen, die RTL regelmäßig zu Deutschlands größter Serie herausgibt, erfahren, kommen die beiden immer besser miteinander klar. GZSZ Nicole will Katrin mit nach Dortmund nehmen Nicole freut es, dass sie und Katrin sich angenähert haben. Als Katrin ihr von ihrer Vergangenheit in Dortmund erzählt, schlägt Nicole ihr spontan vor, sie in ihre alte Heimat zu begleiten. Ein krasser Schritt für Katrin, die eigentlich mit ihrer Vergangenheit im Ruhrgayet abgeschlossen hat. Ihr erinnert euch? Katrin heißt eigentlich Gabriele Galuba und stammt aus dem wenig glamolösen Dortmund-Brackel. Ihre Mutter Irene ist bereits verstorben, ihren Vater kennt sie nicht. Katrin stammt aus ärmlichen Verhältnissen und arbeitete hart an ihrem Aufstieg. Heute sind ihr ihre Wurzeln peinlich. Um diese zu vertuschen, änderte sie ihren Geburtsnamen in Katrin Flemming. Ob die beiden den Plan wirklich in die Tat umsetzen, erfahrt ihr am 11. Oktober um 19.40 Uhr im Free-TV auf RTL. Auf RTL Plus ist die Folge bereits eine Woche früher verfügbar.